Hallo und herzlich willkommen zu Part 38 von Infamous Second Son. Wir sind immer noch, versuchen irgendwie mit dem Hank was zu reißen, um unseren großen, großen Feind langsam zu überwältigen. Und der Hank soll uns irgendwie helfen, in dieses DUP-Gefängnis reinzukommen. Ich weiß gar nicht genau, was die nächste Mission, wo genau uns hier hinführt und warum. Werden wir dann sehen. Auf jeden Fall wollen wir auf dem Weg dahin noch ein paar Störsender zerstören und wir werden gerade angegriffen. Darum kümmern wir uns jetzt. Hellfire Schwarm verfügbar. Ja cool. Wenn es mal wieder eng wird, können wir den gebrauchen. Gut, dann setzen wir jetzt mal der oben. Die lassen wir jetzt mal außer Acht, die Störsender. Wir gehen jetzt mal zu dem hier. Hab' ich gedacht, du kannst dich anschleichen, wa? War wohl nix. So, ähm, Bacatee, da ist eine Kamera. Die haben zwar immer noch enorm viel Einfluss, aber so kleine Sachen, das läppert sich. Irgendwann verlieren die dadurch auch ihren Einfluss. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo der Störsender ist. Guck mal hier hoch. Da müsste er sein. Ah, ja. Musik ist cool. Freien mal eben ein paar Leute. Vielleicht helfen die mir. So. Zack. Wann ist das denn voll hier? Wann kommt denn die nächste Stufe? Mann, jetzt sind die aber richtig sauer, dass ich das hier gemacht hab, ha? Gut, kümmern wir uns mal drum. Okay, da ist der Helikopter. Okay. Okay, den hätten wir schon mal ausgelöscht. Das ist schon mal gut. Dich müssen wir noch kaputt machen. Sehr schön. Hm. Okay. Ach, guck mal, da ist es ja schon. Komm, dann machen wir das jetzt mal direkt, wenn wir schon mal hier sind. Ist gesperrt. Okay, da müssen wir die Kommandozentrale noch zerstören. Okay. Naja, wir wollten ja eh Hauptmission, also wir wollten ja eh hier ein bisschen aufräumen noch. Müssen wir wahrscheinlich, welches müssen wir dann kaputt machen? Das dann hier, oder was? Das ist die Kommandozentrale. Kümmern wir uns mal um den Störsender und die Kommandozentrale. Mal gucken, ob es dann geht. Oben ist auf jeden Fall der Störsender. Je weniger davon da sind, umso besser für uns. Definitiv. Denn so sehen wir halt nicht gut, was um uns rum passiert, solange die noch aktiv sind, diese Störsender. So. Den haben wir erledigt. Noch ein bisschen auffrischen. Dann gehen wir zu diesem D.U.P. Ding da. Können wir von hier schon ein bisschen kaputt machen. Hehehe. So. Haben wir hier schon mal ein Üz geschwächt? Müssen wir uns aber auch noch mal selber ein bisschen stärken hier. So. Gucken wir mal von oben. Mal nicht einfach so... Oh, mir nichts hier, nichts reinfliegen. Das wäre ja doof. Erstmal gucken. Vielleicht können wir ja auch schon... Oh. Schade. Ich habe selber geschlafen. Den hätte ich jetzt einfach so überwältigen können. Wie den halt. Ich will jetzt die nächste Heldenstufe haben. Mann ey. So. Geschütze haben die auch. Gibt es ja nicht. Guck mal, das können wir noch kaputt machen hier. Ja. Ich weiß nicht. Das ist auch platt. Wie die Ameisen. So, den noch. Okay. Wir müssen doch gleich noch die andere Seite kaputt machen. Ich muss aber eben mich noch ein bisschen auftanken. So, prima. Zeit ist top. Dann gehen wir jetzt mal hier rüber. So. Hoppala. Nein, 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 nein. Ach, Delsen, du bist eine Kacknase. Ehrlich. Höher. Das war doof. Weil ich da runtergefallen bin. Ich hatte natürlich die eine Ebene geklärt, aber... Dann bin ich ja gestürzt. Was doof war. Und jetzt sind die alle hinter mir her. Das hätte ich schöner machen können. Versteckte Kamera zerstört. Guck mal, ohne die Mission angenommen zu haben. Amazing. So. Verhindern wir mal, dass sie sich verstecken können. Oh, wenn ich draufgebe, den einen will ich jetzt noch mitnehmen. Höher. Sehr gut. Ah, wieso sind hier manche zum Entziehen und manche nicht? Das nervt. Brauch aber was. So. Super. Irgendwo muss doch hier was zum Entziehen sein. Das gibt's doch nicht. Gibt's hier was? Irgendwas. Hier war ich doch eben. Aber es gibt's wieder. Super. Prima. Dann ist hier noch irgendwo eine Kamera, ne? Okay, die kann ich jetzt von dem Winkel aber aus wirklich nicht sehen. Aber egal. So. Aber hier möchte ich bitte landen. Dankeschön. So schwer ist das doch gar nicht. So. Das jetzt bitte... Quatsch. Aha. Sehr gut. Ähm... Oh oh. Oh oh. Scheiße. Die Kamera habe ich immerhin zerstört. Das ist ja auch schon mal was. Jetzt müssen wir auch nur noch das in der Mitte machen. Ähm... Dann haben wir das auch eingenommen. So. Wo sind die denn alle? Bäm! Sehr gut. Jetzt müsste ja eigentlich die Hauptquest freigegeben sein. Mobile DUP, Kommandezentrale zerstört. Diese, das kam eben auch gar nicht. Ich glaube, das hat der eben nicht gewertet. Da bin ich zu früh drauf gegangen. Danny Park, Nebenmissionen jetzt verfügbar. Cool. Scherben aufsammeln. Dieser 5 hat noch jede Menge Gegner. Da haben wir noch eine Scherbe. Hier ist noch eine Scherbe. Ja, aber mit den Nebenmissionen werde ich euch auch nicht mehr langweilen. Die mache ich irgendwann, wenn ich denke, dass ich Scherben brauche. Oder dass sie mich einfach nerven hier von der DUP. So, das fand ich einfach lustig. Wir versuchen es nochmal mit der Hauptmission. Gucken, ob wir die jetzt machen können. Ich weiß es nicht. Wir schauen einfach mal. Ja, jetzt... Jetzt reicht es aber hier. Ihr spinnt ja wohl. Was ist denn hier die... Zwei Scherben? Wo sollen die denn sein? Der eine bewegt sich, aber die andere ist doch... Fix. Jetzt habe ich Rauchfähigkeit, ne? Das ist natürlich immer so besonders blöd für die Stadt. Egal. Gefahr. Wir wollen hier nochmal was Gutes machen. Vielleicht steigen wir dann mal endlich auf. Nö. Natürlich nicht. Ich brauche eine andere Fähigkeit hier. Komm ab. Die haben hier scheinbar auf mich gewartet, was? Ich würde gerne Neon entziehen, wenn ich gelassen werde. So, jetzt bin ich nämlich auch schneller. Mein Gott, ist hier was los? Jetzt muss ich mich wohl leider diesem Helikopter mal annehmen. Ist klar. Ist ja gut, Junge. Ist ja gut. 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 So, den haben wir schon mal ausgelöscht. Hier ist die Mission irgendwo. Was war das hier noch kaputt? Steht ihr dabei und könnt nichts machen, ne? Schießen aber echt von überall. Schwierig, schwierig. Warum eine Bombe habe ich noch? Wo ist der Erstbeste, den ich sehe? Da unten. Gut, dann füllen wir uns mal mit irgendwas anderem auf. Sehr gut. Was ist denn diese Mission? Unten dann, oder was? Oder muss ich das hier erst wieder kaputt machen? Tadadaa. Erst nicht in Schusswalte. Erst über uns. Oh nein! Wie doof! Da hat es mich dahin gerafft. Gut, Leute, dann würde ich sagen, im nächsten Teil versuchen wir uns noch mal, uns näher an die Hauptquest ranzukämpfen und diese DOP-Zentrale noch einzunehmen. Das müsste eigentlich klappen. Bis dahin! Ciao!